Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir sind immer noch im Live-LP und was wollte ich? Ich hab's vergessen. Nein, wir wollten ein wenig anfangen zu sortieren, hier die Sachen auszusortieren. Wir haben ja Gold gefunden, wir haben Eisenerz wieder gefunden. Die können wir eigentlich... Eisenerz können wir anfangen zu brennen. Genau, da können wir wieder die Eisenerz-Barren brennen. Ich werd mal eben hier das Fleisch entsorgen. Da, dieses Fleisch, das geht mir sowas von auf den Senkel. Irgendjemand hatte mir mal gesagt von euch, dass man irgendwas mit diesem verrotteten Fleisch machen kann. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich werd das jetzt trotzdem einfach mal plups, so, einfach entsorgen. Und das mit der Diamant-Hacke, das muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Da muss ich mal eben kurz schauen. Ach, da brauch ich drei Diamanten. Also einer mehr und ich kann damit schon anfangen, das ist super. Gut, dann werd ich mal eben die Kohle hier reinpacken. Kohle, Kohle und Koks. Das wird so langsam hier unübersichtlich. Ich muss das echt mal mehr sortieren. Anna Hexe, Hallöchen. Willkommen zum Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich guck zwei jetzt in die Kamera, weil ich gerade YouTube live aufnehme. Also YouTube, äh, YouTube LP. Nicht wundern, wenn ich dann vielleicht mal nicht antworte auf irgendwelche Kommentare. Äh, nicht antworte auf irgendwelche Kommentare. Let's do. Und Pfeile hatten wir doch schon irgendwo sortiert, ne? Kann ich mich entsinnen. Irgendwo hatten wir schon, irgendwo hatten wir schon Pfeile drin mit Bogen. Ah ja, hier, genau. Richtig. Das war das. Haben wir schon 27 Pfeile. Hey Mann, geil. Und wir haben ja, ah, Stolperdrahthaken. Weißt du noch? Die Bui, die wir getürmt haben, wo ich von der Seite reingesprungen bin, obwohl die normalerweise einen Eingang hat. Voll geil. Ähm, so warte mal. Bevor ich jetzt den Diamanten verliere, würde ich sagen, packe ich mir den erstmal die zwei extra weg, weil dann hab ich sie. Ähm, so, wir haben drei Schwerter. Wir haben insgesamt die Spitzhaken noch. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Das ist gut. Stream ist stream, wir freuen uns. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also, äh, ist jetzt nicht so, dass ich euch ganz ignoriere. Ne? Nein, natürlich nicht. Ähm, nur ich wollte es mal ausprobieren, wie das so ist. So, so, let's play und gleichzeitig auch streamen, ob das so, weil, ähm, ist ja momentan auch so im, 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 im kommen, so, live, live LPs. Es wird aber dunkel, ne? Ich glaube, es, hallo, ist die Sonne? Sonne! Ja, die Sonne geht unter, oder? Na? Ich glaube schon. Alter, ich meine, ich glaube, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Mein Bauch wird zu dick. Das ist so. Mal eben die. So. So, ist schon viel besser. Ja, die Sonne geht unter. Das heißt, wir werden nochmal eben ganz schnell schlafen gehen. Und dann, ähm, würde ich sagen, gehen wir dann am nächsten Morgen wieder in, am nächsten Morgen gehen wir dann wieder in die Höhle. Und ich muss mir diesen Eingang, muss ich mir mal irgendwie merken, dass wir wieder hier an unserem Haus rauskommen. Aber wir haben so viele, so viele Ein- und Ausgänge in der Höh- Huch! Was ist das denn? Äh, bitte was? Wir haben so viele Ein- und Ausgänge. Fakern 36, die dürfen noch reichen. Dass wir uns das mal merken. So, lalalalala. Dass wir uns mal merken, dass wir hier, hier dann rausgehen und nicht... Das müssen wir uns irgendwie mal markieren. Warte mal. Wir sind, glaube ich, hier runtergegangen, ne? Kann das sein? Stimmt. Ich werde mir die Fackel mal mitnehmen. Hallo? Ich werde mir das nämlich jetzt mal markieren, dass wir einfach sagen, weißt du was? Damit wir hier nicht komplett durcheinander kommen. Genau, wir sind hier runtergegangen. Da unten steht schon, glaube ich, so ein Horst. So ein Horst Wilhelm. Einfach so. Voll verschwenderisch gerade, aber egal. So, dann weiß ich, aha, ich muss hier runter, ne? So, der soll ruhig kommen. Wir haben ein Eisenschwert, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. War das auch richtig hier runter, ne? Ja, oder? Aber rauf kamen wir nicht mehr, weil wir noch nicht richtig gebaut hatten, ne? Stimmt. Das heißt, ich muss noch mal so ein bisschen ändern. Warte mal. Warte, 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 warte. Oh. So, jetzt kommen wir mal wieder rauf, ne? Genau. So, dann kommen wir nämlich hier hin. Genau, da ist unser, da müssen wir uns markieren. Und da ist schon wieder der, der Horst Walter. Gesterben. 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 So. Ähm. Beste Idee ever, glaube ich, ist mit den Fackeln, sich das so ein bisschen zu markieren. Warte mal. Äh. Äh. Hm. Äh. Hä? Warte mal. Da ist irgendwie so ein Enderman hinter mir. Was macht der denn schon mit einer Höhle? Weißt du noch, wo wir den erledigt haben? Gibt's doch nicht. Der soll verschwinden. Was will der denn immer hier? Gibt's doch nicht. Ist doch sowas möglich? Der soll verschwinden. Verdammt. Der ist weg. Der ist weg. Ich markiere mir das mal eben. Warte mal. Hm. 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 Geht nicht. Machen wir, äh. Machen wir hier. So. Und dann machen wir so. Genau. Hm. 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 Dann weiß ich. Dann weiß ich da lang. So. Ähm. Und dann. Oh. Der steht da immer noch. Oh nein. Dann müssen wir. Wir müssen irgendwo. Dahinten müssen wir runter, ne? Na 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 na. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich, äh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oder war das hier lang? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah ja, hier, genau. Kann man sich aber auch voll verlaufen. Mal ganz ehrlich. Wie gut, dass ich mir das so ein bisschen markiert habe. Gut, hier kann man sich natürlich jetzt nicht großartig verlaufen. Das ist nur ein Weg. So, was machen wir denn? Machen wir jetzt erstmal, ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal die, ist der Hexer noch da? Da ist der Creeper. Hehehehe. Kommst hier nicht lang. Ich glaube, der Hexer ist weg, ne? Ähm, ich gehe erstmal hier lang. Warte mal, warte mal. So, ich mache mir mal so eine kleine Bridge hier hin. Äh. Bitte was? Okay. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich gar nicht. Hallo? Hallo? Nein. So sollst du es bauen. So. Da ist die Kohle. Die nehmen wir mit. Noch mehr Kohle, noch mehr Steine, dann können wir nämlich mit den Steinen, die wir hier noch mitnehmen, können wir uns weiter die Brücke noch bauen. Und vielleicht finden wir ja ein bisschen, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Eisenerz. Sollen wir mal schauen. Ganz schön gefährlich hier mit der Lava. Wer weiß, wer weiß, wie tief die Lava hier ist und dass wir nicht hier vielleicht gleich in Flammen stehen. Ich traue mich da gar nicht so richtig so zu graben. Aha, okay. Was geht noch? Äh, warte mal. Ja, das war so klar. Das, das war so klar. Das war so, das war sowas von eindeutig. So, aber hier könnte es jetzt echt problematisch werden. So, warte mal. Ich grabe mich mal hier weiter. Steine, 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 Steine. So. Da hinten sehe ich schon wieder, äh. Hallo? Der Creeper. So, okay. Von mir aus kann die Lava ruhig da reinlaufen. Das ist mir jetzt, ist mir Latte. Ich werde mal versuchen, hier irgendwie rüberzukommen. Hallo? Kann ich nicht bauen? Aha. Äh. Äh. Die warten auf uns. Die warten nur darauf, zu explodieren. Ihr könnt mich mal. Äh. Ich bin aber auch, ich bin aber auch voll der Hälter, dass ich auch nur eine, äh, eine Brücke bauen, die nur eins breit ist, ein Block breit ist. Äh. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Springen wie dein Kollege in die Lava. Komm. springen wie dein Kollege in die Lava. Komm, komm, komm. Äh, bitte was? Was? Können wir den einfach den Boden unter den Füß wegnehmen? Äh, so. So, dann kann ich nämlich wenigstens schöner das, äh, hoch. Jetzt habe ich keine Steine mehr, oder was? Ah, Mist. Ich muss mir nochmal eben Steine abbauen. Warte mal. Ich brauche mal ein paar Steine. Na, super. Der hat lang genug gehalten. Hier muss irgendwo nebenan auch noch eine Höhle sein, weil ich höre hier nebenan auch noch welche. So, das dürfte aber, glaube ich, reichen, die 10 Steine. So, la 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 la. Ich seh schon kommen... Ich grabe die gleich... Ich grabe, grabe, glaube... Ich glaube. Ich glaube, das ist auch gut. Ich grabe die gleich auseinander. Äh... Warte... So, so, so. Dann komme ich da wenigstens hin. So, 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 so. So, 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 so. Wunderbar. Bin ich ja schon mal auf der sicheren Seite. Braucht mir da keine Sorgen machen. Und ein bisschen Redstone abgrasen. Wenn wir schon einmal hier sind. Aber ich hoffe, der Hexer, der kommt. Was? Hast du auch gehört, ne? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob ich hier so sicher bin, wo ich hier stehe. Warte mal eben. Ich höre den Hexer. Mist, ich höre den Hexer. Der ist hier bestimmt irgendwo. Warte. Nein. Danke. Mist, wir müssen mal eben auf die Eisenspitzhacke. Da geht das ein bisschen schneller. So. Dahinter ist ja nichts mehr, ne? Ne, wunderbar. Da ist noch was. So. Ich höre Wasser. So viele, so viele Sachen hier. Volli, volli... Uäh. Was? Ach, nee. Ach, der... Uäh. Ach, der Enderman ist da. Uäh. Aua. Der Enderman tut da oben rum. Weil das... Ah, Moment, warte mal. Ach, mir juckt das Auge. Weil, ähm... Stimper... Uäh. Weil das da oben dunkel ist. Wieso tut der immer da oben, wo wir sind? Das kann doch nicht sein. Soll weggehen. Mann. Gibt's doch gar nicht. Immer da, wo wir sind. Und immer im Let's Play. Ist doch ein Rundweg gewesen. Hätte ich auch einfach hier lang gehen können. Da ist ja unsere Mauer, die wir gebaut haben. Hm. Da unten ist... Uäh. Da unten ist auch noch irgendwas. Boah. Wie gruselig, dass er sich auch porten kann, ne? Ist voll mies. Oh, Eisenerz. Geil. Wir sind so... Wir finden so viele Sachen. Das ist faszinierend. Okay, toll. Ein Eisenerzblock. Ach, nicht noch nicht. Da ist auch noch einer. So, warte. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Eisenerz, 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 Eisenerz. Sehr schön. So. Da oben läuft der Enderman rum. Wahnsinn, wie riesig die Höhle ist. Ist unglaublich. Und ich möchte hier überall langlaufen. Überall alles erkunden. Alles entdecken. Aber... Aua. Was? Was? Aua. Aua.